Hallo wie Dere und grüß euch zu einer kleinen Runden CSGO Rank. Wir sind mit den Chaos-Tropen von Bavarian Escalation. Besser fürs Einschalten und viel Spaß dabei. Ich bin von der Kiste runtergesprungen von der Treppe, spring runter und steigen drei in einer Reihe und hab mit der MX-7 drei Leute gekillt. Aber das war halt eine Auf-Irm-Phase. Egal. Und es waren Boots? Mh, zwei Stücke, ja. Einer hat nochmal gespielt, einer war... äh, zwei und Boots. Das waren zwei Spieler. Boah! Episch sag ich nur. Christoph! Machen wir... Bin ich gelb? Ich bin gelb. Vielleicht bin ich gelb. Du bist blau. Wie immer. Du bist blau, ja. Klar, die explodiertest du da hinten, Mann. Geht's um die Obby? Kommst du mal hier auf gelb? Gehst du mal? Yellow? Yellow geht. Yellow Plank. Yellow Plank. Yellow Plank. Sorry, guys. Okay, Martin. Uh, das bist du. Was ist denn das jetzt für ein Gang da? Cooler. Ein anderer. Boah. Das sind die Affen. Huh? Buller. Und... Wie hab ich'n? Ich hab' einen. Was? Wtf? Oben, Wend. Terroristen gewinnen. Boah, schau, da hat nicht jeder einen gekillt. Ach so, der ihn hat sich selber gekillt. Aufrüstung. Mir wird ja kein Kill nicht verkündet. Uh, Shotgun! Echt jetzt? Na, tun wir nicht. Erste Runde, probieren wir einen Shotgun. Das gibt keine, wir haben einen Killen. Alles klar. Alles klar. Ey, wir spielen mal Nuke. Das ist die Shotgun-Map überhaupt. Da gehen wir jetzt aber wo lang? Ja, außen, ey. Außen. Ja, wenn der jetzt aber hinten steht, dann haben wir den Ausbau. Ja, sechst, das ist die Shotgun-Map. Wir kommen weiter hier. Ja, ich hab' noch mal noch müssen. Raus da und... Das ist langweilig, was der macht. Wend ist noch zu. Jetzt ist Wend offen. Wend ist einer. Wend ist einer. Unten Wend. Da ist ja kein zweiter Wend mehr, was ist denn da los? Na? Geier. Ah, Pommes, der hat mein Shotgun. Jetzt ist er gefährlich, Vorsicht. Pommes, der hat mein Shotgun. Hinter der Wend kommt er. Die Bombe wird stecken. Terroristen gewinnen. Wo ist der? Pommes. Den Pommes hat mich gekillt, oder? Loll! Da ist der Wixer noch hier irgendwo. Ja, Arash, oder? Mindestens. Martin, du hast Bomben. Ich weiß schon. Geil. Du Schnitzel, du. Brauchst du mein Skin für den Shotgun? Hab ich schon gesehen. Nein, ne. Oldschool. Ich bin hinter dir. Und er ist heaven. Auf der Pommes. Gotti ist außen. Boah, auf dem Dach war der. Servilo, auf der Pommes. Nö, nicht nur die Lösung. Ehhhhh. Zombies main. Hätt schon längst liegen müssen. Nein, das war mein Fehler. Ja. Happiness open. Zwei. Noch einer. Easy. so geil so geil oder ich liebe es haben wir das früher nicht gemacht ich weiß es auch nicht ach heute fotzen oder ist das lustig martin brauchst du nicht droppst du man kann auch innen legen nr ja man ich verderber ich kämpf jetzt so nervt es mich nicht, ich bin gerade selber so schlecht und alles regt mich auf also, jetzt hört man immer die Bombe was, zerstört man immer die Bombe? mein Kill, nein noch nicht mein Kill, verdammt ah, wenn er kommt B4, 6-30 wir haben gegeben, der kommt, martin rampe offensiv oh, ich geh mal B runter nein das kämpft rechts im Eck ich war schon bei A drinnen, da war niemand, nicht main, nicht heaven, war niemand oh man, ich würde auch können ich hab smart hier AWP im action macht er jetzt warum wieso habe ich jetzt AK gekauft, es wird gar kein AK hier, Martin, krieg von meinem AK ja mh kannst du mich an jeden und alles was geht blocken oh, der Martin schließt sich meiner golden Oberfuhrtaktik an mh easy ich hab dich zweimal getroffen ja, mir will mein Handy geben ja, mir will mein Handy geben ja, bin oben ich, ja ja kam gerade die Flamme runter meiner wir hatten die Bombe, leg doch mal kollegas, wo bist denn du main, ha ja, ich bin main ja, außen gehen wir da zwei ja außen ja toll hm, vorne noch du bist main du bist außen ja gut hab noch zwei HP oi, 19 ich muss bei Zeiten wegrennen, das überlebe ich nicht dort zieh mich mal äh, Rampe, oder? ja, das ist Rampe wie kann man da oben campen, das gibt's doch gar nicht der ist vorhin auch schon rumgesissen ich verzieh mich ich bin Lumpborn ich überlebe es easy Martin, ich hab 10k, was möchtest du denn? AK, oder wie? ich hab's ja weg ach komm, Martin, jetzt seid doch mal nicht so machen wir's nicht so soll ich dir 3 runterlegen ich hab Shotgun, ich hab Kuhle, Mann na Mike, f*** mich wieder weg zu zweit, oder? das geht bei mir Rampe, oder? aber das ist nicht mehr, wo es lang gehen soll was, Rampe direkt Rampe das ist nicht so weit weg ja, na warte, müssen wir da hinten campen ok, da kommt einer, da ist einer zwei sind da zwei sind da warte, ich guck mal hab keinen gesehen da ist einer, da kommen's zwei sind da ich seh keinen oh lol Vorsicht ich hab noch 6 ich hab noch 6 ja, Mann easy going go B easy going ich hab noch 6 HP da ist nichts so going ich rief ein Wend nicht einmal vor da hinten ich auch nicht oh, wo war der? der wollte, wollte er legen? ja, da war er, seht's das, da war er da seht's das aah, mh, aah aah ja, genau der hat's mir reporten ich bin der Wahnsinn ich spei Shotgun der hat's mir reporten ist cool, Alter Mathe, mach losbomben ja, ja, irgendwann müssen wir eigentlich auch mal in, äh, außen lang gehen ich geh's mal ich geh's mal ich geh's mal Tür NEIN dauern aah ja, warte, Kepler klar das hast du gesagt, außen oder wie? ja, irgendwann mal ich bin außen ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist spät äh, das müsst ihr mal legen und zwar war das bei Ram 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 Pros keine Ahnung ne, das ist doch ist das B? oder das ist der A? was ist denn hier oben? A ich glaub das war A ja Pommes sitzt einer drinnen Mane hopp ähm, ich bin jetzt gerade Mane rausgerannt dort wo ich gestorben bin war ein Peter aah, der Sprayer, der okay ich komm jetzt hier oben mit einer AK ha microphone muted 30 Sekunden 15 Die können halt einfach nichts Oh, dass sie noch zuwege ist, doch mal was noch einer Nein Braucht jemand, oder wie? Ja, der hat auch schon her, kriegst du ein AK von mir Geld hoch Der hat genug Wie kaufen wir schon Flinden, weil ich Geld bin, weil ich bin Hacker Not listen to Dildo? What? Oh Gott Ach, wir wollten mal raus und gehen, oder? Ja, eigentlich schon Der ist da Ah, da steht noch einer, der ist low Der ist da Der hat eine neue HP, du Obstauern, du Oh, Heaven Meins, meins, meins Meins, meins Komm, zeig dich, du Oh komm, echt jetzt? Sorry Absicht Roadkick Schicksal Ja Geh halt aufs Fass lauf hier, Mike Neben dieser Leiter, hinter dir Wo ist hier eine Leiter? Ach da Am Ort dich dran beim Spot Ist voll cool Martin, sag mal was Martin, sag mal was Martin, Spaß Wir haben jetzt so viele Runden gewonnen, da können wir auch mal welche verlieren Genau Ach drunten, darf man einmal wieder eine verlieren, oder? Den kriegen wir sowieso wieder Ich meine jetzt, ich meine jetzt gesamt gesehen Ich meine jetzt gesamt gesehen Nein, die braucht so lange was schießt, Mann Der ist so ein Sprayer ist das Ui, da Da sagt er, dass er unten sitzt, und dann zieht er den AWP weg Alter, der hat richtig Zeit gehabt Was meins? Ich wollte das grad sagen, den wir jetzt noch einmal kurz wirft dann, aber da sind wir ganz schön drauf Da kann ich jetzt drüber bei Na wo ist er denn? Okay, wenn er jetzt im Rauch drin sitzt Nice Nietzsche Wann ist jetzt gefrein, Alter, einmal angekillt hat Ja Mike, hallo, was überlegst du? Ach Mensch, ich wollte mal jetzt normal spielen Also normal mit schrotzen Äh, Quatsch Normal mit schrotzen Dann spielen wir halt normal mit schrotzen, Mike Wenn du das so möchtest Oh, ich bin hinter dir, ich komme Ja, da ist einer gewesen, der ist rechts um sich Noll, 3er, noch 3er No, genau Den anderen hat es wieder nicht gelegt da Ja, 75 und 42 kann ich ihn ergeben, die sind low Oh Martin, da ist ein low Wo die Rump B B planting Äh, Gelb brauchst du nicht hoffen auf Hilfe Lol Einer kommt durch Wind Entschärft, entschärft, entschärft Oh nein Weg 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 Lauf Nein Hat er defused? Ja Schade, Martin Halt LOL Awww Ah, du hast äh 3 auf den anderen gezielten, den der siehst Äh, der defused Dachte ich schon, ne, das wird nichts Das war kollateral schon Ähm, ich mach jetzt mal außen lang mit Schniffer Boah, Mike, ich hab die Kombi Wo bist du? Gib dir das Ich mach's außen Hahahaha 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 Jetzt geht's ab, Bräder Ah, ne, außen war eigentlich scheiße jetzt auf der neue Nuke Außen sehe ich gar nichts Da sind drin zwei oder drei Stück Heaven Ja, äh, außen war gar nichts jetzt Outside clear Bande ist ein Spawn Okay, das war der Bot WTF Sorry Hallo Na zu mir Komm, der ist mit meiner raus Habe Revolver, Action Kein Ding Wenn kommt der glaube ich, oder? Keine Ahnung Wie auf Heaven Ist klar, Martin Der schießt auf dich, reiß rum und gibt's den Heller Hahahaha Da ist jetzt der Martin Schütt Eindeutig Da bist du schütt, Martin Nein, du bist nicht schütt, das war Martin Hahahaha Ich hab zwei Star Trek-Kills auf meinen Revolver gekriegt Juhuu Ah Oh ne Das war jetzt unnötig Das war jetzt unnötig Meik, du darfst noch mal wieder ein Schott, ich spiel mir aus keine Kohle mehr Ja, ich will Ich hab's noch 6-3er, das reicht noch Du bist schon fast unter dem Gränen, Mann Was ist denn der von Käse, hier? Lol, was hat er gesehen? Kann man sich oben drauf drüber machen? Bei B's sind ein oder zwei Weil die Bombe ist Oida Außen Ich bin Main Ich bin Main Malk A Heavenly kommt raus Blick nah, oder? Litt schau Ne, der kommt unten rum Ich habe einen Revolver-Kill gesehen, Alter. Ne, habe ich nicht, habe noch gelebt. Ich habe aufgezogen, habe geschossen und er hat mir auf Feuer gelaufen. Der war perfektes Timing. Beim dritten Schuss oder so. Perfektes Timing beim dritten Schuss. Na genau. Ich habe Bombe. Was hast du? Ich habe Shotgun und Revolver-Mann. Ich bin imbau. Oben hat Pommes-Kraut wieder immer. Keiner. LOL. Oh, rechts neben Pommes. Oh, wir kommen wieder zurück. Den unten. Oh, Pommes ist einer. Du musst da machen jetzt. Auf der Pommes, auf der Pommes. Oh, Martin. Nicht in die Bähne schieben. Oh, das ist Salz. Das hat er zumindest keinen Knie-Schein mehr. Eigentlich dürfte er gar nicht laufen können. Das wäre ein geil-Schiss, wenn du das Knie kriegst du so einen Boden dahin. Oh, helft es mir. Oh, warte. Ich habe das Wichtigste vergessen. Revolver. Das heißt dann aber nicht mehr CS-Go dann. Das heißt dann CS-Kriech. CS-Crouch. Crouch. Alter. Alter. Pommes oben drauf wieder immer. Sorry. Das gelb jetzt. Ist das gelb gewesen jetzt? Ne. Die Tür ist zu. Pommes, alle Fälle, außen wo immer. Pommes habe ich. Pommes ist in Heaven. Hast du Bomben? Äh, nein. Hast du nicht mal aufgeschmissen? Ich glaube, liegt die Heaven oben? Ja. Ist schlecht. Hier haben wir noch. Einen noch. Okay. Hast du den jetzt schon gesehen? Nein. Nice report. Hahaha. Das ist geil, Alter. Oh, leck. Ich liebe es. Let's go, let's go! Oh, leck. Oh, leck. Main ist keiner reingekommen. Ist geil, Alter. Oh, leck. Na. Jetzt hat er mich noch gekillt. Oh, fu. Heaven, keiner. Wer hat denn die Bombe? Grün. Äh, eh, clear. Der muss noch schnell den Typen noch killen bei Rampe. Geht nicht anders. Einer war noch Rampe. Einer ist außen. Pff. Spell zu all den Shotgun. Ist das geil? Ist das geil, Alter. Spell zu all den Shotgun. Ich muss damit, wenn das Hochnetz bei Youtube schreien, äh, als Titel, nein, Shotgun ist OP. Nein, es wird dann die Shotgun-Escalation. Mann, warum kann man sich standardmäßig noch keine Shotgun nicht kaufen? Das ist doch scheiße. Ich muss auf alle Fälle Tegel, außer da muss man Revolver halt, Alter, das ist viel viel geiler. Hast du ein Revolver drin? Nein, aber nur auf T-Seiten. Enoch, Martin, Gate to Heaven. Aber außen sind sie. Schon durch, oder? Nein, noch nicht durch. Aber sehr viele außen. Ich habe noch 24 Leid. Einen habe ich. Ich habe noch 24 Leid. Einen habe ich. Ne. Unten liegt vor dem Main. Ok. Ich glaube, die sitzen irgendwo am Tach rum, oder? Ne? Radio ist auch frei. Kommt man da nicht rauf hin. Oh, Mike, wo pushen du? Ja, um mir hin. Komm mal schnell her, bitte. Kann ich dich pushen? Ja, kannst du wieder rauf hin pushen. Geht das? Dann müssen wir den fetten Ausstattzer rein nehmen. Oh, geil, es geht. Wow, das ist die Shotgun-Pussy, Mike. Das ist die Shotgun-Pussy, ich sag's dir. Ich muss da aber erstmal rechtzeitig hinkommen. Ja, das geht schon. Die flasht man so lange weg, da müssen wir da herkommen. Oh, er hat am Spiel verlassen. Time Out. Wo ist denn der? Ist der am Spawn oder was? Der, glaube ich, hüpft über mir rum. Nein, das ist der geil wieder. Der Orange, der Martin. Ich hab immer so 44 live. Martin, schau mal, wo ist der? Schau mal, wo ist der? Geil, oder? Ah, der hat am Spawn noch. 1,2, Missentun, Martin. Mwah, ich bin so imbauer. Warte, ich schieße den Smoker aber, Martin. Müssen wir da überhaupt ne Waffe jetzt nehmen? 3 zu 3, ich bleibe bei der Pistole. Mike, aus den Russen. Martin, aus den Russen. Aus den Russen, aus den Russen. Ja, ist doch gut. Hab ich da einen Steakrank? Ah, ich hab sogar einen Steakrank. Rush A longsug geblüht. Kann ich den Main rushen? Ah, da ist noch einer hinten. Ich hab zwei. Puh. Ahahaha. 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 Den hätte ich zeigen müssen. Au. Ahahaha. Weiner müssen los. Tot gewascht. Kleine Aume. Geht. Ja, ich gehe aber durch den Main. Leute sind ja bloß noch 3. Und das auf dem Level. Und das auf dem Level. Ja, ohne Schmarrn. Im Gegensatz zu vorhin. Und das fette Arsch der Seite. Philipp. Du blockst mich. Äh, oben auf dem Dach. Huch. Huch. Das ist witzig. Das waren zwei Bots. Ach komm. Rechts um der Ecke noch einer. Einer ganz hinten. Ah, hinten noch. Ganz hinten. Oh, der war halt getroffen. Der war gut. Der war gut. Nutz noch. Vorgehen. Du hast noch mehr Heu. Du hast noch mehr Heu. Ansonsten würde ich trotzdem weiter nach vorne gehen. Und nicht da hinten stehen bleiben. Netz vor. Und jetzt Nutz. Jawoll. Martin ist auch schon Mach 7 Pro. Haben wir schon gesehen. Du brauchst noch in die Türke geraten. Pfff. Oh mein Gott. Äh. Hohrede. Rand. Und der Blender. Ja, und ein Diegel dazu. Sonst macht es keinen Spaß. Was ist ein Spass? Diegel. Diegel. Ne. Döserige. Igel. Ich denke du hast Revolver drin. Ja, nur auf T-Seiten. Ach. Auf den. Uh, ich bin blind. 9. Ich hab den Bug gekillt. Boon. Wie hab's ihn gegeben? Pfff. 59 in 1. Das hätte er gar nicht gebrochen. Meinst du, dass ich die nicht gesehen hab im Rauch drin, du Spacko? Da steht jetzt 100 pro Links. Ich hab da rauschen. Oh, der wird uns... Der wird uns knacken. Ach, wo war denn der jetzt? Ne, ne Ahnung. Ich bin ein freindlicher Mensch, die schreibt GG. Die schreibt immer GG. Entschuldigung.